Okay. Achso. Also Weihnachten, das eine Kind kriegt ein riesen Werk von Geschenken. Das andere ist ein paar Socken und einen selbstgestrickten Pullover von der Oma. Nach der Achtung meint das Kind mit den vielen Geschenken zu seinem Geschwisterlein. Du, kann das eigentlich sein, dass mich unsere Eltern viel mehr lieb haben als dich? Und das andere Kind überlegt und schaut zurück. Du, kann das eigentlich sein, dass du krebsst hast?